Musik 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 16 Meter, Sancho legt noch einmal Abschusschance aus der zweiten Reihe Tor! Und der Ball ist drin, das Tor, das 1 zu 0 für Borussia Dortmund in der 48. Minute durch Mo Daud Ja, ja, ja! Musik Sancho, Sancho zurück auf Guerrero und Raphael Guerrero mit der ersten richtigen Chance, 23. Minute Borussia Dortmund geht bei Mainz 05 mit 1 zu 0 in Führung Musik 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 Der Holl hat über die rechte Seite im Strafraum noch einmal quer gespielt Reus legt ab, Sancho macht das 1 zu 0 für Borussia Dortmund Schwarz-Gelb geht in der 54. Minute mit 1 zu 0 in Führung Musik Musik Erling-Horland, Erling-Horland auf dem Weg zum Wolfsburger Tour Erling-Horland, Erling-Horland In Unterzahl mit dem 2 zu 0 für Borussia Dortmund in der 67. Spielminute Musik Musik In Zentrum, Schussversuch! Eine sehr glänzendes Tor von Gio Reina Er hat sein Pflichtspiel-Tordepüt in Bremen gefeiert letztes Jahr im Februar und jetzt ein wunderbares Bundesligator I heard you talking all about it, but I really got it, yeah, yeah, yeah.